Moin Leute, Dennis hier von Clockworkfotografie aus Lübeck. Heute treffen wir Patrick Urban, ehemaligen Karate-Weltmeister aus Lübeck. Den wollen wir heute mal on location shooten. Und zwar mit den ganz schnellen Witzen von Ensel. Und zwar dem Ensel City. Musik 27 Jahre alt, aus Lübeck. Mache Karate und wir werden heute mal meine Kicks einscannen. Viel Spaß! Musik 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 I prayed for you Catch you near And hope you chase away my fears I'm on my own You made it so And now I'm chasing nightmares I used to run with you To the great big leaves I'll fit you when you laugh at me Hope for us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I give you everything How do you cross by the stormy seas Are you meant the world to me? Are you meant the world to me? Oh I'm gonna do this on my own No point in blaming you I'm gonna do this on my own I thought you were the one for me That's why I give you everything How do you cross by the stormy seas Are you meant the world to me? Are you meant the world to me? Oh I'm gonna do this on my own I'm gonna do this on my own I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know I'm gonna do this on my own I thought you were the one for me That's why I give you everything How do you cross by the stormy seas Oh you meant the world to me Yeah guys, we had a great day and a nice shooting I hope you had fun, Patrick Yeah, okay, free Wonderful, thank you again for your help I will link you to the Instagram account in the bio And if you have any questions about the videos, ask them Gerne, haut die direkt raus Ich hoffe euch hat das Spaß gemacht zu gucken Und ihr habt da den ein oder anderen Tipp und Trick mal abgreifen können Die Citos haben einen super Job gemacht Ich muss sagen, wenn man schnelle Blitze braucht Dann ist der Cito da genau der richtige Spielpartner Und ja, für die entscheidenden Einfrierungsmomente Wenn es mal richtig schnell gehen soll Holt euch mal ein Cito Also, schönen Dank Patrick Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Schöne Grüße aus Lübeck Euer Clockwork Team Ich bin ein Cito Untertitelung. BR 2018